mahlzeit jungs heute lipo laden richtig laden und die muss richtig lagern wir haben viele neuzugänge durch corona sind viele auf dieses hobby gekommen und wurde also ich wurde gefragt wie mache ich das mit meinen akkus wie lade ich das ist auch mal ein video machen damit die jungs hat auch wissen ich war es gibt schon tausende videos davon aber wir hatten auch keins da machen wir das auch ist auch kein problem wir laden unsere akkus also ich muss auch sagen dauerwerbung also ich kriege kein cent von aber hier stehen überall produktnamen drauf und jetzt haben wir ja irgendwie neue regelungen und so da muss ich dauerwerbung und dauerwerbung da oben stehen haben ich lade meine akkus hier in den robben wir werden alle meine akkus drin geladen das hat einen grund lipos neigen dazu also am gefälligsten sind die geladen werden das ist einfach so wenn die am ladegerät sind ist die größte gefahr dass euch die dinge hochgehen muss nicht aber in den seltensten fällen aber die können halt die können wenn sie wollen und dann ist das nicht so toll einkaufen seid und die dinge am laden seid ihr seid gerade nicht da dann fangt euch die bude ab deshalb gibt es hier diesen safe ladekoffer sehr gute sache die haben auch ein filter drin wegen der raucherwicklung weil die qualmen ziemlich stark und das sind giftige gase und das kriegt aus eurer bude nicht mehr raus aus den schränken klamotten die ganze wohnung wird da könnte renovieren weil alles stinkt wie sauland bei euch wenn sie nicht abgefackelt ist deshalb gibt es hier den filter drin hier könnt ihr echt super sicher laden die akkus hier rein gehen ungefähr ich tue immer vier akkus rein ich habe zwei ladegeräte macht eigentlich vier akkus rein die passen hier rein und der ladekabel ich habe es jetzt abgemacht weil ich habe noch mal vier kabel oben hier durch gesteckt die liegen dann hier drin jetzt haben wir alles hier runter transportiert zur zur demonstration wie gesagt da kommen die akkus hier so rein und dann ich mache es jetzt mal so das ladegerät und dann macht er zu normal wird es hier durch ich mache es gerade mal hier wie gesagt ja und dann könnt ihr eure akkus laden ich lade meine akkus immer auf balance die pro balance die ampere zahl zwischen 1 und 4 ampere das kommt drauf an wenn ich 6500 akkus habe schon mit 4 ampere und wenn die akkus schwächer sind 3000 oder wo dann hatte ich mit 1,5 ampere 5000 auch noch mit 4 ampere man sagt umso weniger wenn sie so mit 1 ampere lädt die akkus umso langlebiger sind das ist ist die sache aber dann war es ja auch zehn stunden bis sie auch voll sind deshalb also ich lade meine meistens wenn die ab 5000 milliampere alle mit 4 ampere habt ihr noch nie probleme gehabt wie gesagt in dieser kiste wichtig und ja nach dem fahren wenn wir die akkus leer gesaugt haben kommen die wieder ans ladegerät wieder in diese kiste rein und da wirklich strong hat das heißt die akkus werden in ruhestand gebracht und zwar müssen die 3,8 volt haben dann haben die circa noch 35 prozent kapazität da werden die so gesehen in den schlaf gelegt man nennt das stronger und da können die sich nicht selbst entzünden das ist so wenn ihr akkus vollgeladen in den schrank tut das ist nicht gut da besteht die möglichkeit dass sie sich selbst entzünden wenn die voll sind deshalb gibt es hier diesen stronger das ist so da könnte die ein halbes jahr weg packen das überhaupt kein thema und die sind dann ja im winterschlaf sage ich mal das solltet ihr nach jeder fahrt auf jeden fall machen nach nach dem fahren zack stronger machen hier in der kiste und danach kommen wir jetzt weiter wenn die die lager dann kommen die raus ich hab's doch gemacht können wir gar alles wieder ab die akkus raus so dann tue ich die akkus nicht in die kiste weil dann extra und kommen meine akkus alles in so ein safe back rein das ist wichtig die kabel kann ruhig raus hängen das ist überhaupt kein thema das sieht dann so aus dann habt ihr die hier im safe back so jetzt sind die gestorben hat jetzt kann eigentlich nichts passieren weil die im schlafmodus sind mit kann immer ich will mich jetzt hier nur ein bisschen rückversichern kann das auch passieren in den meisten fällen aber nicht wir haben jetzt 35 prozent leistung drauf 3,8 hat jede zelle das ist eigentlich super ruhe da schlafen die dann empfehle ich dazu noch diesen koffer von hrc das ist ein feuerfester wie ihr seht lipo feier case ist das ein ziemlich großer koffer das ziemlich gut mit schaumschlopf ausgefüllt das ist feuerfester schaumschlopf da kann man dann das rein tun dann ist man doppelt abgesichert dann kann wirklich eigentlich nichts mehr passieren auch wenn das jetzt da drin hoch geht ist es ja im case und nochmal in den koffer und ja da ist er super geschützt da dürfte nichts passieren ich habe jetzt von hrc ich habe hier von mehrere kisten weil wir haben natürlich mehrere akkus ist klar aber man kann natürlich auch andere sachen nehmen feuerfeste kisten man muss jetzt nicht unbedingt die hier nehmen also das ist es gibt ja viel diese diese militärmetall kisten die er aufmacht da könnt ihr es auch einlegen und zu machen wichtig ist dass es halt von feuerfest ist dass euch die bude nicht abfackelt ich habe halt von hrc die kisten die waren 30 euro bei modell bau metz und habe ich die geholt und da haben wir drei vier stück von geholt das ist perfekt kommt da rein ich stapel die übereinander und fertig ist ja so lad ich meine akkus so lagere ich meine akkus und ich denke das dürfte so nichts passieren nur ein tipp tut die akkus nie bei euch irgendwo am schreibtisch oder regal reinlegen und ich kenne leute die machen ihre akkus nach dem fahren liegen einfach ein regal und lassen die drin liegen das ist echt gefährlich wenn einmal so ein akku hochgehen und eure bude abgebrannt ist müsst ihr alles neu haben fernseherpapiere und 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 wie gesagt für 30 euro oder so eine panzer kiste kostet 20 euro ich weiß nicht es lohnt sich immer grad bei mir mit lipo soll man nicht spaßen also das ist wirklich wichtig ja das waren wie immer so mache ich das jeder macht dann anders ich wurde gefragt wie ich das mache so mache ich das ich denke so bin ich auf der guten und sicheren seite und ich würde sagen bleibt gesund wie immer und bis zum nächsten video daumen hoch und glocke abonnieren tschüss jungs